Ich hoffe, du hast daraus gelernt. Versprich mir, dass du nie wieder so ein Risiko eingehst. Versprichst du's? Versprichst du's? Meine Herren, Ihre Zeitschrift soll mich auf meiner Reise begleiten. Auf einem Floß bis nach Polynesien. 5.000 Meilen. Das heißt, Sie wollen mit dieser außergewöhnlichen Reise beweisen, dass... Ich habe die Absicht, den Ozean zu überqueren. Ich möchte beweisen, dass Peruaner als erste Menschen Polynesien besiedelt haben. Sicher lassen sich mit der Geschichte vom Tod einiger Norweger im Pazifik viele Zeitschriften verkaufen, aber nicht unsere. Und damit wollen Sie Ihre Theorie beweisen? Dann nur zu, fahren Sie von Peru nach Polynesien mit einem Floß aus Balsaholz. Niemand wird uns da draußen retten können. Nur die Hoffnung, dass du recht hast. Noch zu weit nördlich. Lasst es uns mit dem Ruder auf Kurs halten. Der Südaquatorialstrom ist die einzige Verbindung, die uns weiterhilft. Das Floß saugt sich mit Wasser voll. Vielleicht hätte Draht besser gehalten. Die Seile haben vor 1500 Jahren gehalten und sie werden auch jetzt halten. Das Floß hält sich ganz fabelhaft. Wir sind gut auf Kurs und die Moral ist ausgezeichnet. Du wirst dein restliches Leben damit verbringen, Sonnenuntergängen nachzujagen. Dein Antrieb war nie der Beweis deiner Theorie, sondern die Suche nach dem Unbekannten.